Yo Leute, Herbeats! Heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es gibt mal wieder ein Thema und diesmal meiner Meinung nach ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Denn es geht um eine Mod, die verboten war, wo jetzt aber wieder ein Update zukam. Und ich werde das Ganze gleich in einer Runde SG ein bisschen mit euch besprechen. Und ich hoffe, euch gefällt das ganze Video. Falls ja, und falls ihr das Video durchgesehen habt, dann gebt doch mal bitte einen Daumen nach oben ab. Aber erstmal das Video schauen, liebe Leute. Wir sehen uns gleich in der Runde SG wieder. Und bleibt dran, es ist nämlich sehr, sehr wichtig für viele Leute. So Leute, da sind wir auch schon wieder zurück und wir spielen auf der Web Swamplingen. Und ja, ich starte jetzt einfach mal direkt mit dem Thema. Es geht nämlich um die Labi-Mod. Ja, die Labi-Mod ist ja eine sehr, sehr, sehr umstrittene Mod, wie ich finde. Die ist gar nicht mal so lange bekannt in Deutschland generell. Und ja, generell nicht bekannt, weil ich glaube, die wurde auch entwickelt von Deutschland, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall gibt es schon sehr, 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 sehr viele Spekulationen, beziehungsweise es gab welche. Und dann wurde mal dies gesagt, das gesagt und jenes gesagt. Und jetzt will ich einfach mal euch wieder auf den Stand der Dinge bringen, falls ihr jetzt irgendwie ein neues Update nicht mitbekommen habt oder so. Es ist nämlich so, dass ein bestimmter Server da etwas gepostet hat. Das war nämlich der Bad Lion-Server. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Bad Lion-Server ist in Deutschland mittlerweile auch ziemlich bekannt, wegen ORC vor allen Dingen. Und ich selbst spiele da auch eine ORC drauf. Ich habe mir sogar gedacht, yo, Alter, wenn du jetzt schon mal darüber redest, spielst du auch direkt eine Runde Scale of Bad Lion. Es gab aber ein Problem. Und zwar, jetzt denken alle, öh, du bist zu schlecht, da spielen nur Pros. Nein, das war nicht der Grund. Also, ich hätte irgendwann mal sicher eine Runde hinbekommen. Ich habe auch eine Runde gespielt da. Also, habe aufgenommen, habe schon das ganze Thema eigentlich schon fertig besprochen. Aber es gab halt ein Problem. Nein, ich war nicht so schlecht, Leute. Nein. Ich habe sogar Kills gemacht. Das kann ich nicht einblenden. Aber es gab halt das Problem, dass es da wirklich keine Einteilung gibt, soweit ich weiß, von Team SG und Non-Team SG. Das war natürlich damals auch nicht so auf Hive, als ich noch auf Hive aktiv gespielt habe. Ganz, 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 ganz damals. Da gab es sowas noch nicht, so eine Einteilung. Aber das war noch was ganz anderes irgendwie. Und jetzt, wenn man spielen will, man will natürlich auch ein gutes Gameplay bringen. Und ja, wenn man dann irgendwie auf ein Dreierteam stoßt, und das habe ich, dann, ne, hat man einfach keine Chance, Leute. Wenn die auch halbwegs gut ausgerüstet sind, in meinem Fall, hatten die sogar Dia-Rüstung. Und da kann ich einfach nichts machen gegen ein Dreierteam, die halbwegs gut spielen können. Da kann man nichts machen. Egal, wie gut du bist. Außer, du hast natürlich richtig OP-Stuff. Aber ich hatte halt normalen Stuff. Ich hatte Eisenrüstung oder so. Und dann kann ich nicht viel machen. Und ja, da habe ich mir gesagt, okay, Alter, bevor du jetzt ein Ja hier aufnimmst, bis du dann irgendwann mal eine Runde bekommst, wo du kein Team findest, das es dir unmöglich macht, die Runde irgendwie nur halbwegs gut zu spielen, spielst einfach mal wieder auf dem GOMB-Server. Egal, wir schweifen wieder vom Thema ab. Es geht nämlich um die Labby-Mod, liebe Leute, wie ich schon gesagt habe. Und das Ganze ist, ja, so gewesen. Dass Bad Lion auf ihrem Forum, beziehungsweise auf ihrer Internetseite gepostet haben, vor ein paar Tagen, dass die ganze Mod verboten ist. Und, also jetzt so plötzlich. Die war immer erlaubt. Aber, dass sie jetzt plötzlich verboten ist, weil rauskam, dass sie anscheinend nicht nur, wie es immer alle gesagt haben, äh, Animationen ändert. Das heißt also, Leute, die in der 1.8 spielen, hatten die gleichen Block-Hit-Animationen und so weiter wie in der 1.7. So, jetzt ist rausgekommen, beziehungsweise alle haben gesagt, das war, ähm, das stimmt nicht so. Es ist so, dass sie das komplette Spielgeschehen von Minecraft ändert. Und das, liebe Leute, das heißt, dass es, ähm, unfair ist. Und man kann es vergleichen, Leute, das ist jetzt sehr, sehr gewagt, das zu sagen, finde ich. Weil viele Leute das immer falsch verstehen, falsch aufgreifen und so weiter. Aber man kann es dann teilweise mit einem Hack-Client vergleichen. Und jetzt meine ich nicht, dass man da natürlich so OP ist wie mit einem Hack. Hack, das meine ich gar nicht. Ähm, es ist so, dass es einfach, wie gesagt, das Spielgeschehen verändert. Und dass man nicht, äh, spielt, als würde man normal spielen in der 1.8. Man hat einfach Vorteile. Ähm, wie gesagt, hat nichts mit Hacken zu tun oder so. Man hat einfach Vorteile wie in einem Hack-Client. Natürlich nicht in den Maßen, aber, ähm, ja, ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Es verändert das einfach nur ein bisschen. Und macht das unfair gegenüber Spielern, die dann wirklich in der 1.8 spielen, wie es der Server dann, äh, so, ne, ansagt. Beziehungsweise auf der Version, auf der der Server dann ist. Bad Lion zum Beispiel ist auf der 1.7 und auf der 1.8. Aber da gibt es dann natürlich auch immer wieder Leute, die haben dann keine Lust, immer zu switchen, wenn die mal kurz auf den Server wollen und so weiter. Die haben dann keine Lust, extra auf eine extra Version zu switchen und sein Minecraft zu schließen und so weiter. Und dann, äh, ja, hat die, äh, Levy Mod einfach den Vorteil gehabt, dass man das nicht machen muss, sondern auch in der 1.8, wie in der 1.7 spielen konnte. Und das hat dann natürlich so viele Spieler angezogen, diese Levy Mod zu installieren. Aber, äh, wurde auf Bad Lion verboten, weil sie ja anscheinend Vorteile, äh, gebracht hat, ähm, gegenüber Spielern, die das, äh, nicht haben. So. Und ich will ein bisschen darüber sprechen, beziehungsweise, es gibt jetzt noch ein neues Update dazu. Also, das ist noch nicht, äh, die ganze Geschichte. Es gibt da noch ein paar kleine Updates zu. Und zwar ist es so, dass dieser Verbot mittlerweile wieder nicht mehr existiert. Jetzt fragt ihr euch nachher, hä, wenn das aber unfair ist, wieso existiert das dann nicht? Die hatten anscheinend irgendwie eine Kooperation, wenn man das so nennen kann. Die haben auf jeden Fall miteinander gesprochen. Äh, Kooperation glaube ich mal nicht direkt. Ähm, die haben auf jeden Fall miteinander gesprochen. Und dabei kam dann raus, yo, ähm, anscheinend stimmt das. Oder irgendwie so. Ich kam, ich hatte das Gespräch ja jetzt, äh, ich hatte das Gespräch ja jetzt natürlich nicht mitbekommen. Aber die Leute von der Levy Mod haben das Ganze ein bisschen geupdatet. Das heißt also, es, äh, ist jetzt eine neue Levy Mod Version draußen. Das müsste die 2.6 sein. Nein, ich persönlich spiele nicht mit der Levy Mod, ähm, einfach, weil ich, äh, da nicht große Unterschiede erkenne. Und da es meiner Meinung nach nicht sehr viel Sinn macht, äh, die jetzt rein zu installieren. Als ich das jetzt noch nicht wusste mit den, ähm, Vorteilen, die man dann angeblich hatte. Oder so, ich hab die ein, zwei Mal drin gehabt, aber so zum Privaten gebraucht. Weil ich einfach mal gucken wollte, yo, wo ist der Unterschied? Spüre ich einen Unterschied, wenn ich spiele? Ähm, war aber irgendwie nicht so. Und deswegen dachte ich mir, okay, lol. Lol, der war da gefangen und ich hab ihn rausgeholt. Lol, Versteck. Alter, was war das denn für ein Versteck hier? Ich hab ihn gerettet. Hallo, lieber Faustis Freund. Bedankt dich bei mir mit einem Tod. Oh, beziehungsweise ein Kill für mich. Ja, also das Thema ist jetzt, äh, so, dass die Leute von der Levy Mod das Ganze verändert haben. Dass es jetzt anscheinend keine Vorteile mehr bringt. Und das ist doch mal, äh, was Schönes. Also schön zu hören. Schönes Ergebnis für die Leute, die es wirklich gemocht haben, mit der Levy Mod zu zocken. Also die sollten sich jetzt am besten die 2.6er Version der Levy Mod installieren. Denn die ist nicht mehr verboten. Das war ja jetzt natürlich nur die Meinung vom Bad Lion Server. Wie das auf GOMO und so weiter war, keine Ahnung. Ich glaub, die haben da nicht, äh, wirklich was zu gesagt. Was natürlich dann immer ein bisschen doof ist, weil man dann nicht weiß, okay, darf ich jetzt mit der Version spielen, Alter? Wenn das wirklich Vorteile bringt, wie Bad Lion sagt, dann, äh, ist es doch unfair gegenüber anderen Spielern. Auch auf GOMO, ist ja dann genauso. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, fuck, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Oh mein Gott. Alter. Alter, alter, alter. Okay, die kämpfen jetzt anscheinend gegeneinander. So, ich will jetzt irgendwie abstauben oder so. Das war mein Kill eigentlich. Komm, einmal getroffen. Und zweimal getroffen. Wunderbar, alter. Was ein Longshot. Das war's eigentlich jetzt schon zu dem Thema. Ich bin fertig. Und jetzt gönne ich mir noch die Runde hier zu Ende. Die will ich auf jeden Fall nochmal gewinnen. Ihr könnt mir, wie gesagt, einfach mal eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare schreiben oder Updates von anderen Servern, falls ihr was mitbekommen habt. Schreibt's einfach rein. Ich hab mich jetzt nicht komplett erkundigt. Das heißt, also, ich hab jetzt nicht jeden einzelnen Server, den es auf der Welt gibt, ähm, irgendwie besucht und nachgefragt, ist es jetzt erlaubt oder nicht. Ähm, falls ihr da irgendwie was wisst von bestimmten Servern, schreibt's mal einfach mal in die Kommentare. Würde mich auch sehr freuen. Was? Er ist geläftet und ich hab die Runde gewonnen? Und deswegen, liebe Leute, hängen wir jetzt noch eine Runde Quick Survival Games hinten dran. Und ich hoffe, es wird eine Pro-Runde, liebe Leute. Das soll eine Pro-Runde werden mit ein paar Kills hier, damit ich euch auch mal was bieten kann. Die Runde nämlich gerade war insgesamt eigentlich gar nicht so krass. Die war informativ, aber, äh, vom spielerischen her nicht so krass. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Und der, äh, sieht uns nicht oder was weiß ich was? Ne, der sieht uns nicht aus. Sorry, man. Sorry, but it's not my fault that you can't see me. So, da sind die nächsten zwei, die wir uns natürlich jetzt direkt gönnen. Okay. Okay, fuck, 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 wen gönnen wir uns denn jetzt? Lol, mein Skin wieder. Der hat wieder meinen Skin. Okay, I'm Fenix oder Wenix. Danke, dass du meinen Skin hast. Danke für die Unterstützung. Und ja, finde ich mega nice. Feier ich. Dankeschön. Okay, da ist einer. Und der hat anscheinend keine Waffe. Natürlich gönnen wir uns den nochmal direkt. Wunderbar. Jetzt haben wir auch eine Eisenhose. Okay, da sehe ich schon mal die nächsten Gegner. Drei Stück insgesamt. Ja, okay, jetzt sind da nur noch zwei. Mal gucken, ob wir uns einen gönnen können. Der erste läuft weg. Deswegen gönne ich mir jetzt erstmal den hier. Der ist da in der Ecke. Wunderbar. Um ihn zu killen. Wunderbar, wunderbar. Der denkt jetzt natürlich, der könnte abstauben. Aber nicht gegen Beats. Nicht gegen Beats, meine lieben Freunde. Da müsst ihr euch schon was ein bisschen klügeres einfallen lassen. Der hat uns gehört, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Der will den natürlich jetzt abstauben. Aber, äh, da hindere ich ihn dran. Denn ich gönne ihn mir. Ich gönne ihn mir. Ich will den killen. Jawohl, wir haben ihn. Wir haben ihn. Jetzt hätte ich gedacht, dass der andere zum Abstauben kommt. Aber scheint nicht so. So, das ist doch mal sehr schön. Dann haben wir ein faires Endbattle. So, okay. Nice. Dem haben wir. Oh, fuck, fuck, fuck. Okay, nein, nein. Ich will weg hier. Ich dachte erstmal, ich bekomme Fallschaden des Todes. Lauf da rein, lauf da rein, lauf da rein. Oh mein Gott. Ist er gestorben? Ne, der lebt noch. Ein Hit. Zwei Hits. Und jetzt kommt noch der Final Hit. Nein, noch nicht. Bad Game. Okay, alles klar. Bad Game. Wenn ich Pfeil habe, wieso soll ich nicht schießen? Mal gucken, ob er jetzt immer noch JJ, äh, Bad Game. JJ meine ich. Mal gucken, ob er jetzt immer noch, äh, BG schreibt. Okay, er schreibt Lappen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte nicht so heftig, Big Baumann, mein lieber Freund. Heftig, ja. Die Runde haben wir gewonnen. War doch mal ein schöner Abschluss hier zum Ende hin. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Haut rein, habt einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Euer Beats.